natürlich wieder in die falsche natürlich wieder in die falsche richtung wo ist der andere Baumstamm? da ist er oben irgendwo, er ist weg fixen meine Lippen sind voll ausgetrocknet so, hier kommt keiner rein wir sind hier oben unsterblich wir haben kein Stick hier mit, verdammt und so er ist im Kampfmodus erst einmal weggeploppt ach so hier können wir durch oh nein, ich muss niesen ich will aber nicht niesen gut, hier sind es noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bäume dann ist die Sache auch schon mal 7 Bäume ja so was ist denn hier eigentlich? da hinten sind Häuser also Hütchen ich weiß es nur nicht, ob das Hütten von Überlebenden sind oder ob das Hütten von unseren Freunden sind das sind Überlebenden Hütten das sind Zelte können wir in die Zelte Zelte rein ach geil hier können wir auch speichern boah nice konnte man früher nicht hier findet man noch eine Flasche Alkohol hier ist alles voll hm was macht Alkohol ähm Alkohol setzt doch Wasser also dass man dann kein Durst mehr hat aber das ringert dann auch die Ausdauer kann das sein? ich glaube ja dortfalls trinken wir Alkohol wenn wir kein Wasser mehr haben oder halt Bier keine Ahnung sonst gibt's hier nichts mehr Ficken zu spät zugehauen verdammt man hört jetzt auch keine Musik mehr wenn irgendwo welche ertönen ne also irgendwo welche auftauchen man hört einfach ja nicht mehr hier ist nichts mehr so gut dann gehen wir wieder rüber also Richtung Richtung Heimat ich fühle mich hier nicht wohl muss ich ganz ehrlich sagen ich fühle mich hier überhaupt nicht wohl aber mal so gar nicht vielleicht liegt es daran dass wir ein eingeborenen Dorf in der Nähe haben wir haben den kopf von dem aber sauber durch was kann man nicht im kopf machen das gibt jetzt so wenig rüstung alter früher als ich dran wenn ich mich erinnere als ich da hat es 3 4 wagen gegeben und jetzt gibt's nur noch einen das sind mindestens 10 ja mindestens 15 das sind mindestens 15 durch heute zum anziehen mindestens was können wir jetzt mit dem kopf machen überhaupt wir haben schon den Schädel ne dann essen wir einfach mal den Schädel damit wir immer überhaupt irgendwas zu essen bekommen so haben wir erst haben wir den Schädel fallen lassen von dem durch verglaubte Axt oh meine Augen ähm ich glaub den finden wir nicht wieder ne ja alter ist doch ich sag nichts wir halten den Schädel von dem durch in der Hand aber der durch liegt mit Schädel auf unserer Decke also es ist ja ich frag gar nicht was können wir mit dem Schädel überhaupt machen können wir den halt wir ne so das Feuer brennt sehr schön so so gehen wir hoch ins Bettchen ähm es wird ja schon wieder bald dunkel und nein wir haben zu lange gewartet verdammt also dann essen wir halt nochmal nen Bein so jetzt haben wir nen Skull immerhin an toten Schäden ein toten Kopf was brauchen wir denn eigentlich für zum Bauern auch wenn noch 150 Prozent Leben ähm ja war doch irgendwo mal die Liste was man braucht für einen Kopf mit Hänge so 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 ah na na dann bis höh it ok dann bin ich vorschlagen dann gehen wir jetzt mal Richtung Bettchen ich sehe gar nichts wenn man gegen die Sonne schaut könnte dann immerhin hier noch irgendwie was anfangen ich sehe jetzt ja nicht mehr gleich ist so dunkel dass ich bei der Bildschirm der spiegelt mich und ich und ich sehe einfach mal gar nichts und stein auf der facecam sieht ich sehe einfach mal gar nichts ist es schlimm also ich dem forst nie wieder am tag auf erzähle ich hier nicht mal wenn irgendwas hier an läuft angelaufen kommt ist hier unsere hütte gar nicht mehr ich weiß gar nicht wie lange schon aufnehmen habe ich mein timer gestartet natürlich nicht 15 minuten die mir schon häufig oder ich weiß es nicht ich sieht uns hier keiner wenn ja dann wäre es etwas umfassend ich trinke gerade mal einen schluck so dauert denn das ich muss wirklich so gucken dass ich einigermaßen irgendwas erkennen das licht ist da hinten immer noch es ist gar kein das muss ein licht sein was anderes kannst es kann nichts anderes sein es mussten nicht sein gespeichert haben wir ja was machen wir in der nächsten am nächsten morgen sofern wir den nächsten morgen überleben äh ich so schlafen z wo wir schlafen immer durch geil da ist so okay dann gehen wir jetzt direkt drunter klopfen die nächsten zwei drei bäume da war kein besuch ich mag besuch nicht zumindest nicht hier also ich liebe besuch klar aber nicht hier ich hasse es aber wenn er unerwartet kommt wenn sie sich hier ankündigen würden hätte ich kein so ein problem damit aber da sie das nie machen werden hier ist noch ein sticky ich ich was leuchtet denn jetzt hier leuchtet gar nichts aber hier muss irgendetwas leuchten so oder so jedes mal wenn wir hinschauen dann leuchtet hier irgendwas oder ich bin es mir nur ein aber ich kann es mir nicht anbilden na gut das wird man spätestens dann in der auftrag gesehen so haben wir schon wieder hunger es gibt es doch nicht verdammt wieso haben wir also schon hunger wir bräuchten medikamente wieder ein bisschen wir haben gar nichts mehr medikamenten da da liegen auch noch mal zwei baumstämme verfluchte hake ach ja vor ist so noch zwei dann ist die waren fertig so geil noch ein paar stick ist dann hätten wir hier den halben zaun schon mal fertig dass ich sehr schön finde was mich was ich mich frage ist ob sie auch über den zaun drüber kommen bestimmt ne so ein zaun stellt ja für sie nicht wirklich nennen hindernis da dass es hier keine kannibalen gibt keine eingeborenen gibt es gibt ja diese eingeborenen und die kannibalen die kannibalen sind die von dem wir bis jetzt immer verfolgt wurden das sind die die laufen wie gollum und dann die eingeborenen das sind die wohnen gruppen mit bis zu fünf sechs personen laufen dass wir nicht mehr viel noch zwei zwei das brauchen wir hier eine kopftrophäe da ist von einem dax wo ist jeder zaun hier ist der zaun das heißt wir machen ganz einfach also so